hey leute und willkommen zurück zu let's play ww mit unseren hordejäger ja wir sollten zu pestrufer reisen und da sind wir schon angekommen da wollen wir mal gucken was er von uns will verwendet die kriegskarte um einen letzten stützpunkt auszuwählen ok dann werden wir den letzten stützpunkt an den du es war sehr schön dann werden wir mal doch erst mal mit dem sprechen die aufgabe abgeben bildet euch beim handelsprinzen lasst euch nicht töten ist er hier noch unten oder ist da jetzt schon abgehauen handelsprinzen der war doch hier unten oder hier können wir auch noch mal kurz gucken was unsere mission so machen sehr schön gibt es was plus mäßiges normal so was haben wir denn hier das können wir und ich noch dazu sitzen ja komm dann gucken wir dich auch noch mal das haben wir sehr schön und weiter geht's so der handelsprinzen auch hier werden oder ist auch der handelsprinzen ich spreche mit ihren schreckens kapitän das besprochene bleibt unter uns verstanden ja ja natürlich bleibt das unter uns so da ist er ja 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 wir hätten noch weiter forschen sollen ne aber machen wir nächstes mal so zack haltet eure waffen scharf gewinn ist zweigrangig ok so ansprechen noch mal mit den kapitänen und auf geht's ja die karte die ist die ist echt schön so und jetzt nehmen wir den letzten stützpunkt ein bei der allianz aber gucken was wir diesmal machen müssen da bin ich ja mal sehr gespannt auf so kleines unwetter wir sitzen noch auf der see fest jetzt sind wir da und jetzt auch was löse es geht hier auf bald hier geht doch aufgaben ich hoffe euch bald wieder zu sehen hier müssen wir hoch sieht schon das sieht echt geil aus aber mal ein foto von so und weiter geht's hier oben ihr müsst umkehren ist es was ist es ist es ist es denn Okay, dann vorsichtig sein, seine Worte waren beunruhigend, weiter geht's, ja klar geht's weiter. Jetzt hier hin, können wir den Level 120, Alter, kriegen wir den ungeboxt? Ich weiß es nicht, aber wir testen es einfach mal, ob wir den ungeboxt bekommen. Oh ja, müsste funktionieren, eigentlich, den müssten wir runter geschossen bekommen. Aber bei dem bin ich mir jetzt nicht so sicher. So, unser Tier mal heilen. So, Todesbefehl. Ich brauche ein Ziel. Na ja, doch, den kriegen wir auch runter, das ist auch nicht so das Problem. So, haben wir den Sternmacht, das ist schon mal gut. Das war gerade nicht die Aufgabe, aber ihr wisst es, wir brauchen EP, EP, EP. Okay, ich würde nur auf zwei Level, dann sind wir auch 120. Sag, ich habe kein Ziel. Ja, 7000 Erfahrungspunkte, sehr schön, da haben wir es hin. So, dann wollen wir mal weiter. Ja, hier sieht es auch sehr düster aus, muss ich dazu sagen. Oh, ein Kraut, ein Kraut, da müssen wir sowieso hin. Oh, das können wir sowas dabei sammeln, das ist ja sehr schön. Wie machen wir denn hier? Hütet euch vor den, den Hexen. Was hat er gesagt? Vorsichtig, okay. Oder noch einer, der die Aufgabe macht, sehr schönen guten Tag. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, geht es jetzt weiter hier. Genau, da geht es weiter. Nicht, dass wir jetzt mit denen eins sind. Dann geht das doch bestimmt auch, oder? Nee, das ist jetzt nicht möglich, schade. Naja. Aber erstmal wollen wir die Aufgabe erledigen, das ist wichtiger. Als paar Kräuterchen zu sammeln. Kommen bestimmt noch genug, die wir sammeln können. Wie auch hier hängt, ne? So. Wo müssen wir denn da? Aber ein Kraut ist da, kriegen wir das mit? Das Kraut geht, komischerweise. So. Und der nächste. Goblin. Und weiter geht's. Ich finde den letzten Goblin schwer, okay. Wo ist der letzte da rum? Oh, er fährt von alleine, kann man abspringen. So, untersucht die... Was? Gestaltfront vor euch und geschützt. Bleibt stark. Da kommen sie, die Hexen. Da sind aber sehr starke Hexen. Das sind wirklich, wirklich starke Hexen. Und sie sagen, die kippen mir auch mal nicht so schnell um. Los mit denen hier muss ich Hänsel und Gretel rufen, oder wie? Oder die heißt sie, oder die Zweite, da kommen die Nächsten. Ich kann das noch nicht so schnell um. So ein Hexen ist doch kein Problem für uns. Und hier müssen wir mal heilen. So, zack. Unser Tier, das darf wieder arbeiten. Jeder, jede Menge, das hört gar nicht mehr auf. Zack. Das Prinz wird angehört, ne? So ein bisschen beschützen. Aber wir müssen beide beschützen, okay. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh, jetzt kommt die Oberhexe anscheinend. So, zack. Auch knappe 200.000 Leben. So. Tötungsbefehl. Da ist sie gleich dahin, die Hexe. Zack. Einfach spinnen, die so auf uns los, aber jetzt ist sie Geschichte. So, die Aufgabe ab. Auf bald. Tromkar. Haltet eure Waffen schafft. Von, nur zum Berg. Sind wir fertig? Ich habe einen Termin zur Ohrmassage. Wir hatten sie Termin zur Ohrmassage, ist okay. Ist okay. Okay, so, wir müssen dahin. Dann dem Weg lang. Also, ich bin jetzt mal gespannt, ob wir das Erd so nehmen können und springen wir jetzt mal kurz raus. Ist mir egal. Können wir nicht. Dann nehmen wir das so kurz mit. 4.000 Erfahrungspunkte, ihr seht es. So, und jetzt sollen wir ihn, wo sollen wir ihn bringen? Auf dem Berg. Oder zu dem Berg. Das ist hier lang, ne? Ja. Mal schnell hier durchs Gebiet kämpfen. Oh, ein Rabe. Ein Schatz. Ein Schatz. Was seid ihr denn für welche? Ich schätze es auf jeden Fall. Was sind denn das für komische Königsköpfe hier? Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anbieten. Ist die nicht mitgegeben? Ich will ja nicht nur mit einem Schatz. Das sind aber echt komische Hexen, oder was auch immer sein soll. Komm, auf springen, springen alle auf. Weiter geht die Fahrt. Na komm, wir fahren einfach mal durch. Geradeaus. Das nehmen wir mit. Kommt drauf. Weiter geht die Fahrt. Ist denn da was? Ist denn da was? Den holen wir uns auch. Ja komm her. Ja, sind das ein Adler. Ja, sowas in der Art. Habt ihr uns immer noch? Meine Güte. Was kommt denn da alles an? Laufen die ganze Zeit. Greift uns das alles an. Unser Tier ist tot. Da haben wir gerade nicht aufgepasst. Da haben wir gerade nicht aufgepasst. Was kommen denn da auch so viele angelaufen? Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. So weiter geht's. Wir sind wieder drauf und auf den Berg. Und die Pflanzen nehmen wir natürlich mit. Auch wieder 4.000 haben wir schon wieder. Und viertel Level schon wieder fast geschafft, ne? Davon ist auch nochmal ein Kraut. Was seid ihr das? Natürlich sind wir das. Bleibt gut drauf. Fahr mal los. Gut, dann fahren wir mal hinterher. Jippie. Wie das Ding hier auch einfach den Berg hoch fährt, ne? Ich glaube, jedes Pferd würde aufgeben. War doch mal nicht so schnell. Ich weiß auch gar nicht, wo wir uns hier rumtreiben, ne? Gehen wir jetzt zu der Instanz. Ist das Flürz oder? Ich habe keinen Schimmer. Ah, er fährt wie alleine. Ne, jetzt los. Grüße. Guten Tag. Du hast auch eine Aufgabe für uns. Benutzt den Gerät im Außenposten, ne? Um den Stützpunkten nach. Okay. Ach, wir vergrößern sie wieder. Ah, die Ratte kann sich selber kümmern. So, und... Du willst es nicht eingreifen? Okay. Hier ist auch was. Wir müssen mal sprengen bestimmt. Uh, hinter uns. Okay. Und was haben wir hier noch? Ach, geht er, ne? Ne, eine Bombe. Sehr schön. Und das Portal nochmal. Gasthaus errichten. Oh, da ist unser Stützpunkt steht. Das ist sehr schön. So. Aber in der nächsten Folge sehen wir weiter, wie es weitergeht. Schaltet ein. Bis morgen. Ich sage euch danke fürs Zuschauen. Und dann wollen wir morgen gucken, was aus den Stützpunkten wirkt. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss.